Also gar nicht so ungefährlich. Da ist ein ganzer Feldsturz runter. Das sieht man ganz frisch. Die Platten, die da liegen und die Brocken, die sind von da oben gekommen. Da kommt noch mehr. Das ist alles freihängend. Die linke Platte ist vielleicht eingehängt an der andere. Alles instabil, alles zerbröselt, buchstäblich. Also schnell vorbei, wenn das geht. Der ist am Weg liegen geblieben. Also da sind schon tonnenschwere Sachen, was da von oben rauskommt. Da ist alles voll. Da kommt noch mehr. Die sieht immer recht alt aus. Die Überdachung. Ja. Quarz und Fuxit miteinander. Auf der anderen Seite waren ja viele Bergwerke. Das sogenannte Christi leiden im großen Zirknitztal. Und ich bin im kleinen Zirknitztal. So ist das. Aber Ansätze von Mineralien, das heißt Christalle, sind vorhanden. Ja. 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 Vielen Dank.